Musik 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 Hallo Freunde Ich bin in Hattingen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir gehen jetzt durch die schöne Altstadt, spazieren wir gerade. Seht ihr, hinter mir sind auch schöne alte Häuser. Ich wünsche euch viel Spaß und eiskalt. Alle Jahre wieder kommt das Christus hin, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Alle Jahre nieder kommt das Christus hin, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Alle Jahre wieder kommt das Christus kind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Steht doch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es vor mich leitet, an der lieben Hand. Hier sehen wir Urselchen, auf dem Weihnachtsmarkt am Essen. Da vorne haben wir Lüttilli und Wolle. Guck mal, der ist die Wink sogar. Ach, guck mal. Die hauen die Klamotten rein, ich bin am Hungern. Ja, liebe Freunde. Liebe Freunde, ihr seht ein bisschen dunkel, gell. Aber guck mal, wer da dabei ist. Pusselchen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist am Weihnachtsmarkt? Die Leute kennen die Fress- und Saufboden. Aber hier sind die schönsten auch so, 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 so. Kaufstände. Und Pierre. Hier gibt es so luxemburgische Nüsse. Wow. Hab ich schon gesehen. Eierpunsch, Eierpunsch, Eierpunsch. Ja, mit Alkohol drin. Mit Sahnehaube. Ja, ich hab auch eine Haube, guck mal. Bis später. Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Steht auf ihr zur Seite, still und unerkannt. Das ist träumig, leite an der lieben Hand. Das ist träumig, leite an der lieben Hand. So, das war ein kleiner Rundgang über den Hartinger Weihnachtsmarkt. Guck mal, die Hintergründe. Schöne Ausgabe mit diesen blauen Sternen und das alles. Ich hoffe, ihr habt auch keinen Weihnachtsmarktbummel gemacht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Klausi. Tschüss. Moment, ich will mal in die Leute mal eben. Kennt ihr die alle? Winke, winke. Telepapis. Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.